Ich meine, ich habe alles, was ich benötige bei mir. Ich habe Luft in meinen Lungen und ein paar leere Blatt Papier. Ich finde es schön, morgens aufzuwachen, ohne zu wissen, was passiert oder wer mir begegnet oder wohin es mich verschlägt. Vor ein paar Tagen habe ich noch unter einer Brücke geschlafen. Und jetzt sitze ich hier, auf dem größten Schiff der Welt und trinke mit vornehm Leuten wie Ihnen Champagner. Bis zum nächsten Mal. So, letzte Folge war nicht so, aber wir haben uns trotzdem, wurden wir uns am Ende einig. Ja, diese Folge haben wir ein paar Kristalle mitgebracht. Das kann sehr interessant werden. Das ist auch ein bisschen was anderes diesmal. Es geht, glaube ich, so ein bisschen in Sugar-Seine-Richtung. Deine Meinung ist heute wichtig, mein Bro. Okay, ich präsentiere euch direkt den Ersten. Money. Wie hieß es nochmal? Money, das ist dein Moment. Yo, mein Name ist Money, ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus der Schweiz, aus Basel. Wie ich zur Musik gekommen bin, eigentlich mache ich schon mein Leben lang Musik. Ich habe auch in meiner Kindheit Theater und Musicals und sowas gespielt. Mein Ziel bei Rap La Rue ist auf jeden Fall zuerst mal so connecten, gucken, was geht. Das ist auch für mich das erste Mal in so einem Casting. Wie ich meinen Auftritt fand, ich fand den sehr gut. Die Jungs haben mich gut gepusht, war auf jeden Fall ein geiler Vibe. Das ist auch für mich. Ein Schuss, ein Treffer, bleich in dem Keller. Auf der Autobahn, linke Spur, A2, Gianno, Kippe, brennt Kontrakt, Mann, auf Eis, fast live, drück Kilos, auf Ehren, endlich. Haftstrafen, nebensächlich, 9er, poliert, Träne, tropft auf den Gebets-Teppich. As-salamu, alaykum, Blaulicht, willkommen im Ben-Punkt, Teufel, verführt, ich hoffe, du verstehst vom Cup bis Fuß, schau dir, trägst du Liedis. Weit weg von mir, renn, weit weg von mir, weg, fake love, im Cup, nichts davon, Reese. Weit weg von mir, renn, weit weg von mir, weg, weg, weg. Your love is addicted, ist schon toxisch. Molly auf'm Schminktisch, miese Optik. Bin G-String und sie lipsing, tun mein Songs in der Play. Please flüster, du bist noch safe, hey. Lismar Tombeo, ayah, Kristall im Becher, Teenager forever. Lismar Tombeo, ayah, kommt von Zero auf Teller, Fluchtwagen und Bälle, Textnachricht von Kiki, SOS. Exit, lau, she freaky, sie's offset. Lismar Tombeo, ayah, ein Schuss, ein Treffer, gleich in den Keller. Ja, Mann, Bruder, das ist doch der Flow, Bruder, das ist der Film, den ich feier, Bruder. Das ist genau das, wo ich sage, das ist Zukunft. Baba, ja? Also, ich meine... Digga, ich glaube, heute wird's interessant, mein Bruder, ja? Also, wenn ich jetzt noch auf die Konstellation gucke, was noch kommt... Krass, dass das der Erste war aus dieser Truppe, ne? Er war der Erste. Ich lass mich überraschen, Bruder. Ich bin gespannt, was Sariq zu ihm sagt. Also, ich sag überkrass, warum, weil er hat einen Song abgeliefert. Das ist ein Song, den würdest du im Auto hören. Die anderen präsentieren sich, zeigen ihre Technik. Er macht das und liefert einen Song, genau wie Haaland und ein paar andere Leute. Hast du recht. Und Respekt, deswegen, er ist für mich jetzt schon in der Gruppe auf Platz 1. Mal gucken, ob jemand... Das war ja der Erste. Egal, er ist schon jetzt auf 1. Mal gucken, ob jemand den diesen Platz wegnehmen kann. Geil. Okay, Juri, noch eins? Ja, ich fand den cool, aber ich hab so ein, zwei Sachen auszusetzen, aber das ist nur Geschmackssache. Ist okay. Ja, okay, nice. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Duisburg. Wie ich zu der Musik gekommen bin, ich hatte ein Vorbild wie Michael Jackson und der war wirklich die größte Inspiration zu meiner Musik. Mein Ziel bei Rap Larue ist es natürlich unter den Besten der Besten zu kommen und ich würde auf jeden Fall mal sagen, die Leute seien sich warmer als sie für die nächsten Runden. Mein Auftritt, es war auf jeden Fall Liebe, es war Vibe da und ich hoffe, es gefällt euch, weil wir wollen nur Liebe aussparen. Alles dreht sich um Love. Mein Herz ist am Schrein, denn ich weiß nicht wohin, weil ich hab es verloren. Wenn du im Studium musst Tage zähn, eines Tages wirst du verstehen. Denk an alte Zeiten, sieh die Zeit vergeht. Und Mama sagte immer, du musst weitergehen. Ah, Baby, du redest von mir, aber Konzentration nicht. Ah, Baby, mein Handy auf Flugmodus als Olung Wakuna. Eko, 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 ja Eko, 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 ja Eko, ja, kanto Toujours en est là Chessé malin, à la cala Kreative moi Eko, ja, kanto Frage mich endlich nach allem Wie soll es hier rausgehen Meine Herzvollkeit zurückbringt Sonst bin ich mehr warm Habgesehen, bis ich da Hab gesehen bis ich da Alles dreht sich um Love, weil ich wollte nach vorn Mein Herz ist am Schrein, denn ich weiß nicht wohin, weil ich hab es verloren Alles dreht sich um Love, weil ich wollte nach vorn Mein Herz ist am Schrein, denn ich weiß nicht wohin, weil ich hab es verloren Ich hab es verloren Yo, ich hab ein Poto Ich hab ein bisschen Gas Ich sag dir, gib Gas, Bruder, das ist der Sound, das ist dieser frische Wind, den wir hier nach Deutschland bringen müssen, Bruder. Bruder, erste zwei Kandidaten jetzt. Bruder, ich feier, ich feier. Ich werde natürlich noch, du weißt, ich bin Spezialist bei so Sachen, da müssen ein paar hohe Töne noch im Hintergrund. Vielleicht traust du dich noch nicht, weißt du, ich meine, ich weiß nicht, wie lange du Musik machst, aber versuch einfach, weißt du, du kannst diese Musik untermalen mit ein bisschen hohen Tönen und so. Bro, du musst weit kommen mit dir. Ey, Digga, sehr gute Kritik. Ich bin da, Bruder. Wirklich, sehr gute Kritik. Also ich finde den auch cool, weil der Style einzigartig ist. Ich mag sowas. Ich will, wie gesagt, viele Facetten abdecken. Natürlich ist der Song jetzt nicht ein Song, der mich umhaut so, aber es ist ein sehr gutes Fundament, meiner Meinung nach. Ja, ich finde auch, also er hat hier seine Leistung gezeigt, gegen den zweiten Part wurde er ein bisschen schwächer, ein bisschen langweiliger, aber er ist auf jeden Fall jetzt Platz zwei immer noch, das zweite Kandidat, aber mal gucken, stark auf jeden Fall. Und das Geile ist, er bringt was Eigenes, dieses afrikanische Sound, Bruder, und endlich mal Abwechslung für meine Ohren. Ich würde auch sagen, es ist was Eigenes, sehr cool und ich bin gespannt. Was geht ab, 245, 19 Jahre alt, aus Herthen City. Wie ich zur Musik gekommen bin, Musik ist einfach Leidenschaft. Musik ist das, was mir Spaß am Leben gibt. Mein Ziel bei Rapp La Rue, ich will alles auseinandernehmen, ich will alles rasieren. Es liegen Klospen auf der Waage, mein Shooter macht, was ich ihm sag. Sie reden schlecht über meinen Namen, wir nehmen ihm sein Arzt, weil wir noch lange keine Stars sind. Bin im Bendo, drückt nach Schicht, mein Bruder, nein, ich schlaf, ich war Bull in Panisch. 17er ist scharf, ich brauch kein Karate. Smog nur beste Gras, Junkies sind auf Nase. War grad noch in der Bahn, jetzt sind wir 8A drin. Embo gibt Top Speed, chillen im Longstreet. Du siehst mich nur mit der Klick, als wär ich Mobb-Dief. Schade, gib Top-Mies, Bros sind unter Opsie. Wenn ich auf Ops schieß, fühl ich mich wie John V. SMS, meine Ex, Triple X. Sie will mich back, sie hat Feelings, sie will Sex. But I'm never getting back. Chase the Moodle, chase the Paper, chase the Bag. Alles dreht sich in meiner Haut um Geld. Pull up in a Rari, pull up in a Swerve. Spin im Coop, I see Ops right there. Ich bin im Coop, I see Ops right there. Es liegen Kosten nur auf der Waage. Mein Shooter macht, was ich ihm sag. Sie reden schlecht über meinen Namen, wir nehmen ihm sein Aten. Weil wir noch lange keine Stars sind. Bin im Bendo, drückt nach Schicht. Mein Bruder, nein, ich schlaf, ich war Bull in Panisch. 17er ist scharf, ich brauch kein Karate. Smog nur beste Gras, Junkies sind auf Nase. War grad noch in der Bahn, jetzt sind wir 8A drin. Kurze DMX-Vibes gehabt, als er mit der Stimme so rau wurde, weißt du? Ja, ja, sick. Aber der war auch cool, auch fresh. Ich sag dir, Bruder, meiner Meinung nach, Bruder, dass diese Energie, Bruder, die Hook war ein bisschen lau, weißt du, was ich meine? Aber die Parts waren crazy, Bruder, der muss mehr von dieser Stimme zeigen. Wie willst du machen mit unserer Bendo? Bendo na Bendo, Bruder, das ist diese Bruder. Komm, wir gehen ins Studio jetzt, Bruder. Ich fand ihn auch cool, aber für mich, heute ist er leider Platz 3. Die anderen zwei sind stärker. Wir gucken am Ende, wir reden am Ende, wir reden am Ende, Digga. Den hättest du genommen? Ja. Bruder, das ist... Wir reden am Ende. Mein Name ist Rabud, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Dortmund. Wie ich zu Musik gekommen bin, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie und ich liebe einfach die Musik. Meine Ziele bei Rippler Rü sind, also natürlich möchte jeder gewinnen, aber mein Ziel ist es, den Leuten meine Musik zu zeigen. Mein Auftritt gerade, ich war sehr zufrieden, war gut, ich habe abgeliefert. Spiele nicht mehr, wir verlieren jetzt. Sag nicht, das war Liebe. Es gab keine Regeln, wir führten nur Kriege. Ich rase vor Lucifer, Lucifer. Ach, was hast du nur aus mir gemacht? Wollte Liebe, bekam nur Hass. Du sagst Schach, ich setze mal. Spiele nicht, wir verlieren jetzt. Sag nicht, das war Liebe. Es gab keine Regeln, wir führten nur Kriege. Ich rase vor Lucifer, Lucifer. Ach, was hast du nur aus mir gemacht? Wollte Liebe, bekam nur Hass. Du sagst Schach, ich setze mal. Uh, was hab ich mir da nur angetan? Nur du, du und ich, das war mein Masterplan. Ein Fluch, will nicht zurück, doch ich muss verdammt. Schau zu, wie du verliest, was wir einmal waren. Die Wahrheit tut weh, ist es leichter zu gehen. Hätte nicht überlebt, du musst es verstehen. Verfall in Gedanken die ganze Nacht. Ja, für dich hat alles Spaß gemacht. Bleib ein Krieger, beend die Schlacht. Denk immer dran, wer am Ende lacht. Spiele nicht mehr, wir verlieren jetzt. Sag nicht, das war Liebe. Es gab keine Regeln, wir führten nur Kriege. Rase vor Lucifer. Was hast du nur aus mir gemacht? Also, er hat melodisch versucht, aber ich finde, gegen die anderen Jungs, die mit Melodie gekommen sind, der geht unter, Bruder, ja. Was sagst du, Schuka? Bruder, guck mal, das ist so eine Gruppe für den Finisher. Der hat in dieser Gruppe gar nichts verloren. Weil er auch den gleichen Stin hat. Ja, Bruder, ich sag dir, der ist noch lang nicht so weit, Bruder. Der wollte irgendwie hitmäßig Lucifer, Lucifer und so, Bruder. Das war, das hat keinen Fall. Ich bin's Purple, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Bremen. Schon in jungen Jahren wurden meine Jungs darauf aufmerksam, dass ich künstlerisch begabt bin. Und über die Jahre wurde das einfach perfektioniert. Mein Ziel bei Rapp La Rue ist es, den Vertrag nach Hause zu bringen und mir und meinen Jungs einfach die Reichweite zu generieren, die wir uns verdient haben. Meine Performance gerade war erste Sauna, die Jungs sind durchgedreht. Ich fand's einfach geil. Du bist kein Gangster, du bist kein OG. Die Jahresumsatz mache ich in der Woche low key. Bang, du als in der Back hinten auf dem Backseat. Das ganze Cash wirkt magnetisch auf die Bad Beasts. In unseren Panzern sind alle Sitze gepolstert. In unseren Blocks sind mehr Kugeln als auf dem Golfplatz. In unseren Kreisen redet man nicht, man ist Taten sprechen. Ich bin von der Straße, doch ich sag nicht, nein zu Party-Session. Die Boof ist am Dampfen, das Mic geht in Flammen auf. Ich glaub mein Produzent leidet heute an im Albtraum. So viel Ketten um mich rum, man denkt, ich bin ein Tum-Bomb. Fresh wie Bubblegum, die Karsi will an meinem Sch*** kommen. Du lebst in der Sitcom. Und ich im Blockbuster-Video wird geklickt, bumm. 2023 bist gefickt von. Chill im Hüssenstock, als wäre ich King Kong. Die Boof ist am Dampfen, das Mic ist geschmolzen. Kein Plan, ob meine Investoren darauf stolz sind. Alles halb so wild, denn ich mach's ihnen noch zu Bonsen. 20 Jahre jung, meine Zukunft ist noch offen. Du bist kein Gangster, du bist kein OG. Den Jahresumsatz mach ich in der Woche low-key. Bank-Walls in der Back hinten auf dem Backseat. Das ganze Cash wirkt magnetisch auf die Bad Beasts. In unseren Panzern sind alle Sitze wie Polster. In unseren Blocks sind mehr Kugeln als auf dem Golfplatz. In unseren Kreisen redet man nicht, man ist Taten sprechen. Ich bin von der Straße, doch ich sag nicht nein zur Party-Session. Bin in deiner Stadt, heute Nacht mit der Badest Bitch. Geh mit deiner Hand, ich fühl dich, ich hab auf eine Magic-Train. Du gehst purple, Romy, Saints, we sind back at it. Sie wollen sich fassen, doch sie wissen, wie sind Savages. Sie wissen, wie sind Savages. Unsere Mucke fehlt die Psyche, so wie Adi-Bits. Dings und Drums, die dich hier in Donnerstag für nicht. We sind Peace. Unsere Pause ist vorbei, das ist Geschichte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, heute wird das schwierig, ja. Ich mach's kurz, ich mach's schmerzlos. Also für mich Platz 1 definitiv Manni. Er hat einen eigenen Song gehabt, so, genau. Und ich würde, boah, der zweite Platz ist, für mich, alles dreht sich um Love. Weil das ist eigen, ja, Malat, weißt du? Was sagst du, Sugar, ja? Bruder, guck mal, ich sag dir ehrlich, Le Malat hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der erste hat mir auch gefallen. Aber ich muss sagen, Bruder, für Rap La Rue, ich glaube wirklich, dieses Rap La Rue, wer diesen Namen auch noch größer machen könnte, wer hier wirklich als ein Rap La Rue rauskommen könnte, ist Juice, glaube ich. Le Malat 100 Prozent, warum? Ja, du wolltest doch Juice nehmen, ha? Le Malat und Juice, Bruder. Ah, du wolltest Mani raushauen? Le Malat ist der, der afrikanischen Sound gemacht hat. 100 Prozent, Le Malat und Mani ist Platz 1, Mann. Bei mir auch. Ja, Mani hat einen Song gebracht, Mann, der ist, der ist, der ist, der ist Bombeball. Oder Juice, oder Juice hat Gas gegeben hat, ey, Juice. Juice war der, Juice war der ein bisschen, der ist französisch, auf Bendo, na Bendo. Ja, aber da hat er was gefehlt, Bruder. Juice, ich sag dir, guck mal Juice, schreib mir, Männlich, Juice, ich sag dir, wir werden auf jeden Fall zusammenarbeiten, Bruder. Bruder, ihr habt nicht gehört, was ich gehört habe. Ey, dann steht die Entscheidung fest. Le Malat, Mani, willkommen zur nächsten Runde. Deine Rocca. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.